Schöner Haken. So ein Gartenwerkzeug oder wie so. Naja, ich denke eher so. So eine mittelalterliche Hellebarde. Naja, so ein Feuerschürhaken oder also hier war ja Holz zum Einhaken. Hier vorne noch Spitze dran zum Abstoßen und das kann echt schon sehr alt sein. Giet auf jeden Fall auch ziemlich alt aus. Schönes Ding, cool.